Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Ankündigung. Heute Abend geht's wieder an den Herd, und zwar im Spiel Cooking Simulator. Wir haben da ja bereits vor gutem Monat reingeguckt, da lief allerdings nicht alles wie geplant. Ich sag nur Tomatensuppe. Ich denke, ihr wisst alle, was ich meine. Und ja, ich hoffe mal, dass sich dieses Suppendrama heute Abend nicht wiederholt, aber das wird sich erst noch zeigen. Los geht's wieder um 20 Uhr auf Twitch, und wenn ihr Zeit und Lust habt, dann seid ihr herzlich eingeladen, mir ein bisschen beim Kochen über die Schulter zu gucken. Ich würde mich auf alle Fälle freuen. Macht's gut, bis später. Servus.